Hallo und willkommen hier in der Saxophonwelt von Saxbrick und von Saxvideotraining.com. Ich freue mich sehr, dass du hierher gefunden hast. Ich bin Bernd, ich bin der Gründer und der Saxophon-Coach auf dieser Lernplattform und jetzt möchte ich dir mal kurz zeigen, was man alles mit diesem tollen Instrument Saxophon anstellen kann. Wie wäre es denn zum Beispiel mit ein bisschen Blues? Oder auch Jazz? Was auch ganz gut klingt, für ein Saxophon ist Funk oder Jazzrock? Oder was hältst du von diesen typischen Saxophon-Pop-Songs, die jeder kennt? Zum Beispiel diesen hier. Oder auch den hier. Das ist eigentlich alles gar nicht so schwer, wie man am Anfang denkt. Man braucht nur so ein bisschen Übung. Man braucht auch jemanden, der einem so ein paar Tricks erklärt. Und was hältst du für diesen typischen Jazz-Balladen, die man vom Tenor kennt? Das und noch ganz viel mehr kann ich dir beibringen. Wenn du, Wenn du Sachsenfons spielst, möchtest gerne noch dazulernen, möchtest vielleicht mit mir lernen, dann kann ich dir ganz viel zeigen. Ich kann dir zeigen, wie man bessere Rhythmik bekommt, wie man die Technik entwickelt, wie man einen guten Sound entwickelt. Ich zeige dir ganz viel über Improvisation, ich kann dir Popsongs beibringen und und und, ganz viel mehr. Und wenn du Lust hast, das auszuprobieren, musst du einfach nur unten klicken. Da ist so ein Link oder ein Button und dann kommst du auf die Lernplattform, kannst dich kostenlos registrieren und kannst alles, was da auf der Plattform ist, 14 Tage lang kostenlos ausprobieren. Es gibt überhaupt kein Risiko. Einfach ausprobieren und schauen, ob es klappt, ob du mit den Kursen zurechtkommst, ob du mit mir als Lehrer zurechtkommst und so weiter. Okay, würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Kurs dann begegnen. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020